September-Horoskop für Stier Der Mut, der den Vertretern dieses Zeichens inne wohnt, wird im September besonders wichtig sein. In diesem Monat erwarten Sie eine ganze Reihe von angenehmen Veränderungen. Diese Ereignisse werden sich sowohl auf das Privatleben als auch auf die Karriere auswirken, und Sie werden feststellen, dass Sie sich perfekt an veränderte Bedingungen anpassen können. Sie werden auch sehr beliebt sein mit dem anderen Geschlecht, die dazu beitragen, Preispolninja vertrauen wird. Das Gefühl der eigenen Zahlungsfähigkeit wird sich positiv auf andere Bereiche des Lebens, wird dazu beitragen, Ihre Gesundheit zu verbessern und viele Probleme zu lösen. Sie brauchen keine Angst vor neuen oder unerwarteten Ereignissen zu haben, in jedem von ihnen können Sie die positiven Aspekte hervorheben. Auf der anderen Seite werden Sie auch in der Lage sein, gute Beziehungen zu neuen Freunden aufzubauen, also behandeln Sie Bekannte nicht mit Misstrauen. Nehmen Sie alle Veränderungen im Leben mit Dankbarkeit an und bemühen Sie sich, eine sinnvolle Verwendung für Sie zu finden. Wenn Sie eine positive Stimmung entwickeln, können Sie in jedem Geschäft ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Im September werden Sie sich wohlfühlen, die Temperatur wird zwar sinken, aber die Wärme, die für Vitalität und Aktivität notwendig ist, bleibt erhalten. Nutzen Sie diese Zeit, um sich auf die Regenzeit vorzubereiten. Stärken Sie Ihr Immunsystem, treiben Sie Sport und erlernen Sie ein paar körperstrafende Übungen. All diese Maßnahmen sorgen dafür, dass Sie energiegeladen, beweglich und gut gelaunt bleiben, was zu Beginn des Herbstes unerlässlich ist. Finanzhoroskop für September Im Herbst werden Sie spüren, dass der richtige Moment für einen Durchbruch in Ihrer Karriere gekommen ist. Vergessen Sie nicht, dass alle Ereignisse in Ihrem Berufsleben einem einzigen Rhythmus gehorchen, der sowohl von äußeren Umständen als auch von persönlichen Entscheidungen bestimmt wird. Wenn Sie den Sternen vertrauen und den Arbeitsplatz wechseln, mag dieser Schritt zunächst zu gefährlich erscheinen, aber im Laufe der Zeit wird sich herausstellen, dass er notwendig war und viel mehr Nutzen gebracht hat als zunächst erwartet. Im Frühherbst raten Ihnen die Sterne, sich auf ihre eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu konzentrieren. Der Stier neigt von Natur aus nicht dazu, anderen zu gehorchen, so dass es ihn deprimieren könnte, unter jemand anderem zu arbeiten. Versuchen Sie jetzt, Abhilfe zu schaffen und prüfen Sie die Möglichkeiten, ein eigenes Unternehmen zu eröffnen oder ein kreatives Projekt zu fördern. Sie haben genug Kraft, um alle Ideen umzusetzen, aber mutige Entscheidungen erfordern eine solide Vorbereitung. Apropos Kreativität, Astrologen denken an die grenzenlosen Aussichten von Stieren, die beschlossen haben, sich ihrer Lieblingssache zu widmen. Es wird viele neue Erfahrungen in Ihrem Leben geben, Sie werden mit Entdeckungen, Siegen und kleinen Erfolgen verbunden sein, die Ihnen in den ersten Entwicklungsphasen Freude bereiten werden. Außerdem können Sie auf dem Gebiet der Kunst vorankommen oder Ihr Hobby zu Geld machen, indem Sie es zu einem stabilen Kanal für die Geldbeschaffung machen. Gesundheitshoroskop für September Im Körper von Vertretern des Zeichens Stier sollten alle Prozesse in einer einheitlichen Ordnung ablaufen, ohne Ausfälle. Sobald ein System anfängt, an Effizienz zu verlieren, werden auch alle anderen Funktionen instabil. Versuchen Sie daher, Ihrem Körper im September genügend Aufmerksamkeit zu schenken, ohne dabei die psychologischen Prozesse und Empfehlungen zu vergessen. Ihr Leben hängt weitgehend von den äußeren Bedingungen ab, aber die wichtigsten Veränderungen ergeben sich aus dem inneren Zustand, also seien Sie bereit, die Situation selbst in die Hand zu nehmen. Zur Pflege Ihres Körpers gehört mehr als nur Hygiene, sie umfasst viele weitere Maßnahmen. So ist es zum Beispiel wichtig, sich zu bewegen, auf sein Aussehen und seinen Hautzustand zu achten und auf seine Körperhaltung zu achten. Ein ganzheitlicher Ansatz macht Sie viel wacher und wirkt sich positiv auf alle Lebensbereiche aus. Empfehlung für September Trennen Sie sich von allem, was Ihr Leben erschwert. Ändern Sie Ihre Routine. Verzichten Sie auf alkoholische Getränke. Es wird auch empfohlen, das Haus von allem zu reinigen, was Staub und negative Energie ansammelt. Machen Sie nicht nur Ihren Raum frei, sondern auch Ihre persönlichen Beziehungen und verweigern Sie die Kommunikation mit denjenigen, die einen schlechten Einfluss auf Sie haben. Machen Sie nicht nur Ihren Raum frei, sondern auch Ihre persönlichen Beziehungen, die einen schlechten Einfluss auf Sie haben.